Chris, du musst jetzt die Gesamtsiegerin der Bikini-Klassen interviewen. Da habe ich gerade gesagt, wer soll das denn sein? Wer soll sich denn da behaupten? Was machst du jetzt gerade hier? Hast du dich verlaufen? Ja, ich suche das Klo eigentlich. Ja, musst du einmal da hinten lang. Was ist denn nun mit der... Nein, ey, sag mal Vivian, das kann doch nicht sein hier, oder? Hat man doch irgendwann mal auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll, oder? Ist die Gier jetzt nach den Pokalen so groß? Keine Ahnung, ich denke, man muss alles mitnehmen, was einem in die Bahn kommt. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Und natürlich freut man sich. Aber ich bin schon wieder im Wettkampfmodus für nächste Woche, deswegen. Jetzt sind ja schon zweimal die Pro-Elite-Card in die Bahn gekommen. Was machst du damit? Das habe ich gesagt, sage ich dir nicht, weil ich habe die Wette gewonnen. Okay, verdammt. Hat wirklich die Wette gewonnen? Wir haben vorhin gesagt, wenn sie heute Gesamtsiegerin würde, braucht sie es nicht sagen, dann bleibt es ihr Geheimnis. Ja, ich werde mal gucken... Beim nächsten Interview sage ich es dir dann. Werde ich bestimmt auch demnächst mal per Nachricht bekommen. Ich werde einfach mal meine Ohren offen halten. So, jetzt hast du es aber heute komplett geschafft. Ja. Geile Geschichte. Ja. Geiler Tag. Was steht nächste Woche noch an? Die Frauen wärmen in Frankreich. Frauen wärmen in Frankreich. Ja, Frankreich ist auch in der Ecke. Ist ja gar nicht so weit. Ja, können wir auch mal hin. Nach Südfrankreich fliegen wir. Also ist sogar schon noch schönes Wetter. Nach Südfrankreich sogar? Naja, dann wünschen wir auf jeden Fall da auch nochmal... Ja. Also respektvoller halber sagt man natürlich, wir wünschen auch nochmal viel Erfolg. Aber ich glaube, das Ding... Ach, mein Spaß. Ich glaube, da kommt schon noch eine Goldmedaille nach Deutschland. Bis dahin, wir wählen, nochmal schön Zähne zusammenbeißen. Ja, mach ich. Pobacken zusammenkneifen und ja, vielleicht sehen wir uns sogar. Super. Ich danke dir. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschau.